Dieser freundliche Herr kann stundenlang zuhören, kluge Antworten geben und sich um die Kinder kümmern. Dieser Herr ist ein Roboter, rechts daneben sein Schöpfer. Ich bin häufig auf Dienstreisen. Dann könnte er zu Hause mit den Kindern spielen. Wenn tatsächlich das Gefühl entsteht, ich sei dort, könnte der Roboter mich meines Erachtens durchaus ersetzen. Der Dokumentarfilm Plug and Pray zeigt, wie weltweit fieberhaft daran gearbeitet wird, uns zu ersetzen. Durch Maschinen, die funktionieren wie unsere Körper, gesteuert von hochkomplexen Computerprogrammen. Schon jetzt können sie sehen und hören, Gesichter und Sprache erkennen. Sie entdecken und lernen, wie kleine Kinder, die größer werden. Künstliche Intelligenz. Sie können ein Spielzeug sein. Seine Augen sind Kameras, oder? Und ein Kontrollinstrument für die, die sie bauen. Es geht auch darum, Kontrolle abzugeben. Ein Roboter steuert ein Auto. Die Bundeswehr entwickelt ihn für Kriegseinsätze. Die Menschheit wird sich daran gewöhnen. Und sie wird sich an neue Systeme gewöhnen. Und kleine Kinder, die wachsen mit dem Computer ganz anders auf, wie das Erwachsene getan haben. Und das wird den Lauf der Dinge gehen. In 50 Jahren werden wir Systeme als selbstverständlich betrachten, von denen wir heute noch gar nichts wissen. Ich werde dann vielleicht schon gar nicht mehr leben, aber mir ist es dann ganz wurscht. Der Krieg der Zukunft. Wurscht? Kämpfen dann Maschinen gegen Maschinen? Oder Maschinen gegen Menschen? Und wer entscheidet das? Mensch oder Maschine? Die Frontlinien eines neuen Machtkampfs. Ein Mann warnt davor. Josef Weizenbaum ist die kritische Stimme in Plug and Pray. Heute fürchtet er das, was er selbst mitentwickelt hat. In den 60ern schrieb er das Computerprogramm ELISA. Der Mensch tippt einen Satz ein, der Computer antwortet. Wenn das Ding sagt, zum Beispiel, ich verstehe, nicht? Also der hat irgendwas reingetippt und das Ding sagt, ich verstehe, nicht? Da ist doch niemand da. Also ist es doch eine Lüge. Lüge? Ansichtssache, finden Wissenschaftler heute. Schön zusammenfalten, das ist unser Leichentuch Christi. Der I-Cup soll lernen, seine Umwelt zu begreifen und so ein eigenes Bewusstsein entwickeln. Wie ein lernendes Wesen. Doch kann man Menschen einfach nachbauen? Der Mensch wird zu einem Objekt. Ein Objekt, das zu benutzen ist. Sowas bekämpfe ich und das muss bekämpft werden. Und rufe nach Vernunft und Bescheidenheit und Respekt für das Leben. Doch den Wissenschaftlern geht es um Ergebnisse, nicht um Fragen. Es gibt da keinen Mittelweg. Meine Frau sieht vielleicht ein, aber ich nicht. Entweder man macht es oder nicht. Aber man kann es nicht halb machen. Sagst du dem Roboter Hallo? Er bewegt sich. Gibst du ihm die Bälle? Nur einen. Die Entwickler dieser Programme und Roboter reduzieren den Mensch auf eine Maschine aus Fleisch, die mittels Technologie perfektioniert werden kann. Wenn wir Plug and Pray gesehen haben, fragen wir uns, welche Macht die Technologie heute schon über uns hat. Und welche Rolle wir im Drama Mensch und Maschine künftig spielen wollen. Ab Donnerstag im Kino. Wir haben übrigens auch mit dem Regisseur gesprochen. Was er zum Thema und zu seinem Film sagt, das finden Sie unter www.ndr.de-kulturjournal.